Willkommen zu einer kleinen Runde Let's Play Battlefield 4 und zwar spielen wir auf Operation Mortar den Conquest Modus müsste das, ja Conquest sieht so aus und ich habe hier mal eine LAV geschnappt habt ihr ja gesehen und die Texturen und der Sound ist, der Sound ist auch noch nicht da Was schießt denn da auf mich? Hm, was schießt denn da auf mich? So, aber hier war einer Was habe ich noch sehen können? Leck mich am Arsch, was war denn das? Das war eine TV-Rakete Glaube ich Ja, das war das Boot da Scheißboot So, wie kriege ich das? Oh, das war ein guter Treffer, Mobility-Hit sogar noch Ach, nö Den wollte ich doch Da kommt schon ein zweites Boot Ach komm, lassen wir das, wir nehmen unseren Jet-Ski Und fahren weiter zu Okay Scheiße Wo ist das Messer? Hier ist das Messer Das ist so ein kleiner Trick Hat doch schön funktioniert Übrigens, wir spielen mit der Eiswall einer Ja, eine PDW-Waffe Ja, eine PDW-Waffe, die man eigentlich bei mir selten sieht Alter, was war jetzt Was war denn das jetzt? Was war der? Oh 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 Wir sterben Yes Den haben wir gekriegt, aber der alte Semmel Oh Oh Der hat auch das Bross Kleinen Tag Der hat mich einfach getötet Der kleine Schlingel So, jetzt habe ich mal ein Boot Ich meine, die Boote sind ganz fett Vor allem hier im Neville Strike, wo es auch Sinn macht, mit einem Boot rumzudüsen Ah, da sind sie ja schon, die Gegner Ja, kommt nur runter Hauptsache keinen getroffen Ja, der schießt auf mich Ja, ja Schießt auf mich Denn das war dein Tod So, aber die haben einen D trotzdem eingenommen Alter, Walter Was geht denn hier ab? Die gehen auf mich los und nicht auf die Flugerwehr Verständlich eigentlich Aber Wir haben das hier wegge- Wegeliminiert die Gegner Hm Das habe ich noch gehört Du kleiner Das habe ich noch Genau gehört Da hatte ich jetzt noch Glück Dass ich noch den Active Schutz aktivieren konnte Abzugehen Wie Grazer Hm Wir haben den Objective Alpha Hier ist ja nichts Komisch Dann drehen wir schon mal das Boot In Position Und können schon langsam Losfahren Und zwar jetzt Am besten wir gehen gleich hier zu E Ich meine Ein sehr gefährlicher Ort Ist das Wie ein Boot Alter, wo sind die Gegner? Dann holen wir uns doch zuerst noch F Ach ne, da ist ein Boot TV-Rakete Boom! Und die zweite gleich hinten Da habe ich den Soldaten getroffen und nicht das Boot Scheiße war das denn? Oder wie geil das eigentlich war So So C gehört uns A Ja, A sieht so So appetitlich aus Ah 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 Alter, ne Heli kommt einfach aus dem Nichts Und ist auch aus dem Nichts verschwunden Sehr geil Da hat doch irgendetwas Oh Hier ist einer Ja Ja Der Leakil Leakil Hm Hm, aber wir scheinen auch Angewinn zu sein, was Ziemlich geil ist So, jetzt ist die Frage Warte ich auf was cool? Ne, die Jets sind weg Ja, dann Spawn ich hier oben Da hat man einen guten Habe eine gute Übersicht Auf die Map Ich dachte schon, das wäre so ein Schnellboot Ja, ja Was man alles so denkt Oh, das ist ja A Dann ab zu A Ah Ah Kennt ihr noch Pokémon? Also die Serie Und Alter Scheiße Ihr kennt bestimmt Pokémon Und wenn ihr die Früge Also wenn ihr die Pokémon Ein wenig genauer kennt Ich habe es ja damals Ein Goldfisch Pokémon In der ersten Generation Und zwar hieß das Goldini Und jedes Mal in der Serie Hat es irgendwie Ja, hat es irgendwie Voll die komische Stimme Dieses Goldini Das klingt glaube ich in etwa so Goldini 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 Voll die Pornostimme Halt Hat mich immer beunruhigt als Kind So Auch nicht Wir haben den jetzt weg eliminiert Aber auch nicht wirklich auf die feine Art und Weise Aber das macht nichts Was ist das? Granatenwerf Gleich mal ausprobieren Oh, hier ist einer Gar nicht gesehen Ab auf die Hängebrücke des Todes In jedem Film oder Trickserie Weiß man Dass man hier eigentlich nur sterben kann Die gehen immer kaputt Zum Glück hat die Auswahl einen Schalldämpfer So einen eingebauten Aber dafür der Rückstoß ist schon ziemlich heftig bei dieser Waffe Aber momentan kill ich ziemlich gut Ah, können die Schüsse mehr Dafür habe ich noch die G18 Aber das war jetzt mein Tod Schade 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 Da wollte ich noch meine Skills rausholen Mit der G18 Hat aber Ach du Scheiß In dieser Zeit haben sie ja fast alle Punkte eingenommen Was geht denn hier ab? Nee, ich wurde Was? Warum werde ich denn die Team switched? Was ist denn das für eine Scheiße? Bestimmt, weil ich zuletzt gespawnt bin Alter Falter Dann bin ich derjenige, der noch ins andere Team Gewechselt wird Ah, Mann Das ist jetzt ärgerlich Waren doch so gut am Spielen Vielleicht drehen wir noch das Spiel Alter, wow Das war jetzt nice Hier ist keiner Oh doch Wie konnte ich den nicht fast Den habe ich fast übersehen Uh, es war ein Service Stern Service Stern Sehr geil Höre ich da was in der Luft? Alter, wenn der jetzt getroffen hätte Dann wäre ich wohl der King of the Hill Okay, der macht das alleine Für mich Dankeschön Oh oh Bam Nicht mal getroffen Nicht sterben Genau Nicht sterben Nicht sterben Mann Oh Warum stirbst du denn? So Hm Ja, hier kennt Nee, warum spawn ich denn hier wieder? Hm Soll ich halt Soll ich doch mal hier Ach komm Riskieren Geht lieber studieren Na, man nicht mal getroffen Was geht denn hier ab mit mir? Und jetzt weg Weg, 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 weg Weg Unüberlebt Gehen diese Hängebrücken eigentlich kaputt? Nicht wirklich Da oben sind aber Leute So einen konnte ich da weg snacken Uh, weg gesnackt Es war Teamarbeit Squad Teamarbeit So, und jetzt Hier oben müssen wir aber aufpassen Denn Ach nee Müssen wir nicht Obwohl eigentlich Da war doch einer, oder nicht? Hier unten Da doch Da ist er Da ist er Ich hab dich gesehen Kommt man Kommt man hier durch? Komm schon Also in echt würde ich da durchpassen Okay, bei B oben hier sind Oh Gott Ich wollte doch da noch einen geilen Heldsprung machen und mich so retten Oh, schade, schade, schade Ein Boot wäre wieder frei Wollen wir ins Boot? Wollen wir ins Boot? Nee, wir gehen hier wieder Zu der Ruine Wo die Mörder stehen Die Mörser Alter Wie ich das immer so spät bemerke und dann trotzdem das 101 gewinnen Hier wieder Hier wieder Und jetzt von oben Ja, da war noch sein Kumpel da Der Kralup Mann So, jetzt aber Jetzt gibt's Rache Der ist bestimmt Nee, der Hoppla Ist er schon tot? So, man sieht's Wenn ich das Team wechsle Dann gewinnen wir schon fast Oh Nein, nicht runterfallen Fuck Ja, jetzt müssen wir praktisch zu A gehen Der Heli kommt auch schon Wo ist der Heli hin? Da ist der Heli hin Warte mal, ich habe eine Idee Wo ist der Heli? Oh So Nicht mit mir Meine Sportfreunde Alter Alter Ist das ein Labyrinth? Geht's denn hier lang? Und schon bin ich irgendwo Am Arsch der Welt So, diesen Punkt haben wir Neutralisiert Dann geht's ab Auf die andere Seite Und wir haben eh nur noch 40 Tickets Was scheiße ist Da ist ein Boot Das treffe ich so nicht Nicht mit der RPG Ja, die erste Wahl ist nicht unbedingt die Distanzwaffe Aber dafür die Nahkampfwaffe Hier sollte einer hochkommen Wo ist er hin? Ja, der ist tot Wo ist er hin? Wo ist der hin? Ja Irgendwie konnte ich den noch weg snacken Keine Ahnung wie ich das jetzt geschafft habe Cheaten natürlich Grazer hackt Wie es sich auch gehört Also was macht der Heli denn hier? Da hat was auf mich geschossen Jetzt noch das Boot kaputt machen Bevor ich hier rausgehe Genau Da ist noch einer Nein! Und jetzt stürzen wir noch ab Sieht man das noch? Ne, schade Das war eigentlich ne Gute Runde Bis ich geteam wechselt wurde Kann man das sagen? Geteam wechselt wurde? Ja, bestimmt Also ich kann das sagen Ich darf ja Sprachfehler Eigene Wörter erfinden Und ja 18 zu 10? Ne, der Schlusskill wird sowieso nicht gezählt Also 18 zu 9 Das heißt eine 2er KD Und damit verabschiede ich mich Bis zum nächsten Mal Tschüss! 10 20 Bis zum nächsten Mal.